überall diese vielen menschenmassen ich glaube das passiert hat irgendwann so aber da muss man auch irgendwas gegen tun ulf mannte auch in den kommentaren liebe grüße an dieser stelle dass ich wesentlich längere bahnäufe bräuchte wahrscheinlich später wenn wir uns das hier mal anschauen diese züge sind wahrscheinlich das maximum noch länger geht wahrscheinlich gar nicht ich weiß nicht was passiert wenn ich jetzt einfach längere dahin schicken würde ob das funktioniert oder nicht aber die scheinen zumindest den gesamten bahnhof hier abzudecken wenn ich den bahnhof verlängern wollen würde würde folgendes passieren das ist gar nicht so schlimm wie ich dachte das kann ja schon fast machen das verlängern aber dann müsste ich und das ist glaube ich ein bisschen mehr aufwand auch den bahnhof hier verlängern 320 meter ist das maximum ach das sieht doch machbar aus hier werden die immer voll ziemlich voll wie sieht diese stadt jetzt eigentlich aus aktuell jenigs megacity hat sich prächtig entwickelt wenn wir hier mal in das städte rating gucken im sinne von wie viele leute wohnen hier hat jenigs megacity 1896 menschen die hier wohnen eselstock 1780 18 was eselstock hatte eddie berg überholt unfassbar wollmierstädter 1500 wollmierstädter woher kommt das denn bitte plötzlich ich raste aus einkaufsmöglichkeiten wo sind die am besten in eselstock das erklärt wahrscheinlich einiges dann kommt eddie berg und dann erst jenigs megacity arbeitsplätze in eselstock hat einfach die besten bewertungen in sachen einkaufsmöglichkeiten und arbeitsplätzen dann kommt eddie berg green offenbach jenigs mega city stinkt ein bisschen ab was arbeitsplätze angeht ob man das irgendwie anpassen kann ich mein einkaufsmöglichkeiten arbeitsplätze schlecht ja der nichts aber hat diese stock irgendwas das hier gut mehr arbeitsplätze sind nee überhaupt nicht es gibt keinen grund weshalb eselstock mehr einkaufsmöglichkeiten und arbeitsplätze hat keinen grund älter die sind wirklich durch die decke geschossen so also die idee ist hier diesen bahnhof zu verlängern das sieht ja relativ machbar aus schauen wir uns das mal hier in der vorschau an ich hoffe ich zerstöre mir nicht die linien die ich hier habe okay hier würden ein paar häuser zerstört werden das gehört dazu aber es würde sich langfristig sehr lohnen ich müsste natürlich alle bahnhöfe vergrößern auf dieser linie hier geht das auch noch ich glaube es geht bei den meisten das sind ja relativ kleine städte da sollte man das eigentlich hinkriegen hier habe ich halt echt angst dass ich mir was versau ich werde ich werde mal folgendes machen ich werde speichern an dieser stelle season 2 sind wir und ich werde es jetzt mal testen wenn es gar nicht geht würde ich das dann nächstes mal an der anderen stelle wieder weiterspielen oh mein gott wie viele leute hier rauslaufen sehr schön ja ich glaube ich mir bleibt ja nichts anderes übrig als hier die schienen einzureißen das ding zu verlängern ich war ich kann jetzt nicht einfach hier das ding verlängern gut das heißt wirklich die schienen müssen ja alle weg ich sehe ja auch dass ich hier so an der einen oder anderen stelle kurz abgelenkt ich habe ja eine andere stelle hier so weichen die müsste ich dann noch mal nachzeichnen aber das kriegen wir hin und hier sieht das super easy aus ich hoffe einfach dass die auf der richtigen gleich stehen bleiben die züge let's do this passt das weg und hier noch die zwei schnipsel weg das ist ja cool dass ich das in dieser vorschau weghauen kann ich mache das mal weg jetzt kann ich es nicht anwenden weil kollision hier ist ich mache das ding aber das da ist noch eine schiene eieieieiei zum glück hatte ich hatte ich das im blick 320 meter fünf gebäude werden entfernt soll ich gleich auf hochgeschwindigkeit gehen zur sicherheit ja ach ja eine kurve hier sieht das eigentlich ganz vernünftig aus auf der seite wiederum gefällt mir die kurve eigentlich besser eigentlich eigentlich besser ich entferne dann auch nur noch ein gebäude zweiter straßenanschluss soll ich den auch schon bauen und lohnen sich sechs gleise vielleicht auch schon direkt terrain angleichung nicht möglich bei vielen geht es aber ich mache schon mal den zweiten straßenanschluss mal gucken ob das schief geht ok das hat ja schon mal gut geklappt und jetzt verbinden wir das hier alles mal in der hoffnung dass es einfach funktioniert soviel zum thema kurze episode komm ich verleg hier auch direkt die hochgeschwindigkeitsgleise wir werden hier extrem langsam aber ich glaube das ist so kurz vor dem bahnhof eigentlich überhaupt nicht schlimm hier sieht es sehr kompliziert aus ich hoffe das klappt einfach alles in dem ich da einfach alles neu verbinde nee nicht so viel entfernen bitte na gut neue gleise braucht das land neue gleise in die hand was sind das denn für songs wiederholen sich auch mittlerweile da haben wir jetzt ordentliche geschwindigkeiten gesehen hier auch nochmal die könnte man noch verbessern ja ich weiß aber darum geht es jetzt gerade nicht steigung zu groß wo ist hier die steigung zu groß kann ich das irgendwo einsehen ist das hier dann komm dann lass das noch mal angleichen alles mal angleichen ich hoffe das macht es jetzt nicht schlimmer hochgeschwindigkeitsgleis steigung zu groß ja scheint an dieser stelle das problem zu sein so wenn es jetzt noch ein problem gibt dann weiß ich auch nicht mehr weiter ich weiß nicht mehr weiter ich nehme an hier ist das problem dieses wirklich nicht transparente weiß scheint es mir anzudeuten dann werde ich doch einfach mal das abreißen das hier weiter glätten kriege ich das irgendwie hin da sehen wir erstmal wie tief das eigentlich ist höhe kriege ich es nicht okay dann bleibt mir fast nix anderes übrig als diese gleise weiter abzureißen und das alles tiefer zu machen das ist ja bitter da ist auch noch was so und jetzt schauen wir mal erstmal gleich mir alles an damit es hier alles schön aussieht dann vielleicht reicht das ja schon ich glaube es ja nicht aber okay das kriegen wir hin auch das kriegen wir hin und jetzt ist es wichtig dass wir diese gleise dahin kriegen ich versuche mal maximal hier rüber zu ziehen das sieht gut aus ja okay ja das sieht jetzt erstmal alles vernünftig aus wenn ich jetzt ja noch und weichen händen lege haben wir es doch hoffentlich oh das klappt sogar ich bin ganz irritiert wenn wir glück haben klappt das hier auch direkt nicht ganz nicht ganz wie viele leute die das im echten leben machen spielen solche spiele ernst gemeinte frage genauso mit so sachen wie dem farming simulator spielen leute simulatoren innerhalb ihres eigenen berufskreises so zack 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 mal kommt von da nach da da kommt da nach da irgendwie das gefühl dass ich am besten auch noch mal eine weiche brauche ja gar nicht schlecht gedacht so und wenn wir jetzt noch signale hinsetzen wenn es denn hier irgendwo möglich ist so bei den riesigen zügen macht ein fahrt signal an dieser stelle wahrscheinlich hast keinen sinn aber ich weiß wo es noch sinne gibt einmal kurz vor dieser straße aber auch am besten auf der seite und dann hier auf dem weg noch ein paar hinsetzen ich habe so das gefühl dass die züge hier relativ oft lang fahren und relativ viele züge damit können wir vielleicht die wartezeiten ein bisschen besser überbrücken ja das sieht ordentlich aus schon fast zu ordentlich und jetzt habe ich die hoffnung dass es einfach alles funktioniert terminals mal abchecken so terminal 1 2 ist das da fährt der zug aus jannix mega city ein aus eddie berg ein das heißt er kommt von hier und fährt dann hier rein ok zu knortring das muss ich mir glaube ich anders mir anschauen so sieht man es viel besser wieso funktioniert es hier noch nicht euch ja noch weichen so der fährt rechts dann das sieht ordentlich aus nur dass der nordring nicht der nordring 2 ja sieht noch ein bisschen der sieht verkehrt aus weil er hier nicht weiterfahren kann das kriegen wir auch noch hin was war das übrigens für eine dreckige lache so während ich hier spiele und mal wieder total überziehe bei diesem spiel schreit meine hand und wo fährt jetzt der nordring 2 lang hier das gleiche das wollen wir aber nicht hier nee das wollen wir ganz und gar nicht stattdessen sollten wir hier mal eine weiche hinsetzen eine richtig schöne schnelle 300 km h und das klingt doch schnell genau und jetzt fährt naja sehr gut jetzt begegnen die sich hier nicht mehr nur hier was habe ich denn hier jetzt falsch gemacht ich glaube das scheint so ein fehler zu sein wie es die leider manchmal gibt soll heißen ich brauche hier ein signal ein wegpunkt und dann muss ich leider gottes naja ist ein bisschen dämlich aber da muss ich den zug dann lang schicken deshalb auch immer wenn ich hier nochmal die kleise kurz abfahre habe ich hier noch ein problem das ist dämlich das ist richtig dämlich dafür gibt es auch wieder keinen grund keinen anlass der hier der soll gefälligst nein perfekt und auch hier nochmal das gleiche spielchen könnte die probleme lösen die ich gerade mit der linie habe oder in der suzio city auch 1 ich nehme an dass das alles auf 1 stehen muss ok da sitzt ein zug drauf deswegen sieht es da ein bisschen löchrig aus hier sieht es gut aus wir fahren das hier alles weiter ab wie ein zug und wir kommen hier in Olaf will an wo es auch gut aussieht und dann müssten wir auch schon wieder in da nix mehr gäste die ankommen sehr gut dieses projekt haben wir noch gut überstanden das heißt meine zwischenspeicherung an die müssen wir gar nicht mehr ran wir können jetzt hier einfach auf play drücken und schauen dass hier wieder alles normal fährt und wir müssen dann hahaha so viel zum themen wir sind fertig wir müssen dann eigentlich noch diesen Bahnhof verlängern das wird auch lustig wir schauen uns das mal ganz kurz an hier in der theorie kommen hier drei linien an das sieht folgendermaßen aus wir haben den westring der hier von zwei seiten einfährt und dann jeweils die seite wechselt das sieht sehr interessant aus ich hoffe das kriegen wir locker hin die benutzen die östlichen beiden gleise wieso wechseln die hier das gleis ist das notwendig eigentlich ist mir das relativ egal solange es funktioniert viel wichtiger ist jetzt natürlich dass wir hier das terrain angleichen wie man so schön sagt und ich hoffe dass es dann ein kinderspiel wird ok angleichen ist hier das falsche werkzeug es muss hier schön tief sein tiefer tiefer ups zu tief da sieht man ja schon das erz falsches spiel ah ja so in groß macht dieses angleichen werkzeug schon wesentlich mehr sinn und jetzt kommt der große spaß wir pausieren wieder hier sind auch gerade keine züge perfekt jetzt wird hier alles abgerissen und jetzt können wir hier nochmal das terrain angleichen tut mir leid an alle denen das weh tut ähm so gucken wir uns das mal an aufwerten ach meine hand ah komm das schaffen wir noch oh ne 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 schön in dieser kurve bleiben drei gebäude werden dort entfernt weshalb auch immer ziemlich große gebäude aber ist okay das hat gut funktioniert ah ich hab was vergessen hoffentlich klappt das noch alles gut hochgeschwindigkeit leise bleiben so zweiter straßenanschluss wo wäre der denn dann da vorne ich finde der hat was ich finde der hat wirklich was ich finde der will jetzt hier eh alles einreißen alter terraforming vom feinsten ich hoffe Scaf ist stolz auf mich falls er das sieht aber gezwungenermaßen terraforming vom feinsten so jetzt hoffe ich ganz stark dass es einfach funktioniert wobei ich sehe jetzt schon dass diese kurven keinerlei sinn mehr ergeben eigentlich muss ich die gleise jetzt hier außenrum dahin führen ok ich glaube es gibt einen cliffhanger das hier werde ich beim nächsten mal weitermachen sonst geht es nicht weiter sonst läuft hier nämlich gar nichts mehr wenn wir uns hier mal die zahl anschauen ich hoffe ich kann es jetzt einfach speichern und nichts geht verloren nichts geht verloren wir haben ansonsten da noch genug autosaves im hintergrund auf die wir sonst noch zurückgreifen könnten also vielen dank fürs einschalten falls ihr noch tipps habt ich habe ja genug fragen gestellt in dieser episode schreibt sie doch bitte in die kommentare ich freue mich da über tipps denn das ist wirklich schon eine art von late game die ich in diesem spiel noch nie erlebt habe mein erstes mal und jetzt könnt ihr mir gut dabei helfen schreibt einfach rein was ich machen kann sagt mir auch ruhig schon was ich gut mache damit ich einen gewissen überblick habe was denn auch schon funktioniert und was normal ist auf jeden fall dankeschön und bis zum nächsten mal wenn es wieder heißt ich spiele transport fever macht's gute ciao 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 Untertitelung des ZDF, 2020